2 da sind wir auch zurück bei pullis ehrenrunde jahren letztes mal ein bisschen noch alles präsentation aufgepasst er will jetzt schon was von mir wieder Nö, von dir will ich nix. Obwohl, ja, die Schlösser knacken. Ich hab doch vorher schon versucht, da hab ich doch wieder in Unterricht vermasselt wieder und hast du nicht gesehen. Jetzt versuchen wir halt nochmal Schlösser zu knacken. So, komm. Geh mal weg. Geh mal auf die anderen Seite. Oh, Glück gehabt. Warum hab ich jetzt n' Schulwochen in der Hand? Das liegt doch gar nicht. Ich hab das andere Schloss auch knacken hier. Geh mal irgendwo weg. Muss ich mir das eben schnell knappen. Hey. Was bekommen wir? Was bekommen wir? Was bekommen wir? Ne Karte? Gummiband? Schachtel Pralinen. Wer frisst die Kacke denn hier? Und diese Pralinenmist. So, ein Schloss noch knacken, komm. Das sollte ja vielleicht zu schaffen sein. Das hab ich hier schon gehabt. Blau, 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 blau. Alle blau. School Store. Ah, okay. Ja, ich beeile mich auch. Aber keine Uhr oben links, seh ich. Wo ist denn die Uhr geblieben? Achso. Ah. Warte mal, ich weiß nicht, was der für Schleichwege geht. Vielleicht ist auf der anderen Seite noch ein Ding. Ah, können wir wieder nichts knacken hier. Warte mal, ich versuch's ganz schnell hier. Dankeschön. Oh, 10 Dollar. Geil. 10 Dollar verdient. Was können wir denn damit machen? Und jetzt? Yay. Feuerlöscher Party. Okay, uninteressant. Okay, darum. Was willst du denn von mir? Du denkst, du kannst mir eine Hand geben? Es ist diese Mädchen, du siehst. Und ich will ein paar Schokolade in ihren Lager. Willst du es tun? Gib her. Sag mir bitte unten. Unten war ich doch schon. Hab doch Schachtelpralinen gekauft. Soll ich jetzt wieder neue reinlegen, die ich dir geklaut hab oder so? Kann ich nicht rennen? Hm. Warum kann ich denn nicht rennen? Ah, jetzt. La, la, la. Ich will doch nur hier an meinem Spind rumdungeln. Mein Spind, ja. Was mach ich denn am Spind? Ich weiß es noch nicht. Ich will da nur Pralinen reinlegen. Komm schon. Geh um die Ecke. Wie wissen die das, dass ich das Schloss knacke? Das ist doch nicht wahr, oder? So laut. So, haben wir schon wieder einen 20... Ah, schon wieder einen 10er verdient. Nice. Und nächste Quest. Aber wo ist denn jetzt die Uhr geblieben? Ist sie jetzt weggegangen? Hö. Habe ich jetzt irgendwie durch die Steuerung die Uhr weggemacht? Ne, Halloween. Okay. Äh, Aufgabe rein. So ein Kartmenü. Pausenmenü. Äh. Sprinten, packen, Rad. Anvisieren. Zurückschauen. Und drücken, kann man links, kann man oben. Äh, habe ich irgendwie was verpasst? Oh Mensch, sehen wir gleich. Wie können wir machen? Nehmen wir noch schnell an Halloween. Und die Tore sind auch wirklich offen. Weil warum haben wir ein Skateboard denn hier für eine Schule? Es muss ja auf jeden Fall noch was geben. Weil es gibt auch die Stadtstand da, dass wir halt dafür Respekt bekommen. Ah so, hier. Ah, da können wir geil. Können wir direkt einen Feuerwerk-Körper machen. Und auffüllen. Warum nicht Gary bei uns im Bett? Ja. Halloween. Oh, ho, 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 ho. Hey, what's going on? Not much. I was just lying here, wishing I could be more like you. Whatever. But, I'm cursed. Yeah, really? Yeah. Cursed by brains? Do you know what torture it is to be thinking all the time? No, of course you don't. Yeah, you're cursed. You're great. Whatever. Ich bin ein paar Streicher, was machen wir? Das war doch die pinken Kaninchen, oder? He he he, geil, pinkes Kaninchen! Okay. Okay, egal wem. So. 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 Zettel haben. Oh, Willings. Ach man, muss ich mir jetzt einen neuen holen? Ich hab doch gerade den einen aufgehoben, den anderen. Er kommt. Hä? So, jetzt. Aha. Eins von fünf Streichen. Yay. Nächsten. Wer bist du denn? Fick dich. Hier, friss Eier. Friss Eier. Voll im Fluke. Ballert. Haha, geil. Warum hast du dich nicht verkleidet hier? Was denn? Was denn? Ja, all right. Let's do it. Was denn? Ich bin ja noch verrückt. Ich habe mich nicht mehr in den Küken. Ich habe jemanden gehört. Ich habe mir noch einen großen Schlag. Wann du dich sagen, Juni? Es ist wichtig. Wann du dich sagen, Juni? Wann du dich sagen? Ja, ich bin ja schon. Ich bin ja noch. Okay, die Schau will ich jetzt genießen. Geh doch hoch, oder? Nice. Großer Streich ist nur unverfügbar. Das machen wir auf jeden Fall. Ich wäre ja nicht Jimmy, wenn ich nicht Jimmy wäre. Aha. Ich muss wieder deine Schuhe holen. Hm. Was war das denn? War das ein Ratsch? Was war das denn? Und ich hoffe, dass er es gut ist. Äh, der große Streich, der große Streich, der große Streich ist noch für uns vorgesehen. Okay, hier ist das Problem. Wir werden Chad's Hähnchen einiges von diesem schrecklichen Fleisch. Warte, um ihn zu holen, und dann... What the hell? I'm out of here. Whatever, Pete. Okay, let's do this, Jim. I'll explain the rest later. Get over here, you little mutt! Hey, what are you doing to just... Yeah, run home to mommy! Oh, gottenswäcker. Oh, gottenswäcker. Nein 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 bitte nicht. Boah ist das widerlich. Nein, warte mal. Können wir nicht noch irgendwie... Wie? Wollt ihr denn ruhig... Warum? Oh egal, der Superstreich den machen wir auf jeden Fall noch. Gefällt mir schon. Können wir spielen mit Scheiße rum? Okay, hier ist das Problem. Geh hier, ihr kleine Mütter! Hey, was machst du mit dem Test? Du denkst du, du bist schwer, oder? Geh aus meinem Weg! Geh nach dem blöden Hund. Nein, nicht Jimmy. Nein, Hopkings. Jimmy Hopkings. Ja, Strike. Was jetzt? Okay, du gehst voraus. Zum Lehrerzimmer. Mhh, lecker, das kann doch nichts Gutes werden, oder? Was ihr damit vorhabt, das werden wir gleich sehen. Ich glaub wir spielen mit der Hundescheiße rum. Aber ich glaube nur. Oder irgendwie anzünden. Standard Halloween-Streiche. Unerlaubtes Betreten und unten ist das irgendwo, okay. Stuff Boom. Oh nein, bitte nicht. Er hätte noch nicht... Nein. Wie? Oh. 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 Oh, komm schon. Oh nein, ist Wasser hinter uns? Ja, möglich Ne, irgendwie ein Bulli wieder Aber geil, wir haben Halloween Gott sei Dank Dann würde ich sagen, da wir hier kurz hier vorm Speichern stehen und sozusagen die Folge auf wieder zu Ende ist Würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Halloween-Folge, so kein Halloween-Special hier drin Ist aber auch die Halloween schon Jahre, Tage her Ich weiß ja nicht, ob es jetzt noch weiter geht oder so, sie werden wir jetzt auf jeden Fall sehen Und würde das bis dahin sagen, wenn es euch gefallen hat Unten alles reinschreiben, was ihr wollt, kommentieren, etc. Daumen hoch, bla 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 Und würde ich sagen, bis dahin, euer Flashodap und tschuus